Am 7. Juni diesen Jahres flog die NASA-Sonde Juno näher am Jupitermond Ganymed vorbei als jedes andere Raumfahrzeug die letzten zwei Jahrzehnte. Einen Tag später war der 34. Vorbeiflug am Jupiter und dabei wurden atemberaubende Aufnahmen gemacht, die die NASA jetzt zu einer Animation zusammengestellt und gestern veröffentlicht hat. Untertitelung des ZDF, 2020